du willst wissen wer der feuerwehr willi ist das bin ich freundchen aber ich muss ich muss ich wirklich loben wenn du schlauchdruck ist alter so schnell waren wir noch nie fertig mit dem aufbau wie mit dir du nimmst nicht den posten weil er über ist du nimmst den posten weil du es kannst und du hast es begriffen denn als schlauchdruck läufst du nur hinter dem verteiler rum und nicht davor wie die anfänger und das ist deine stärke du hast es richtig drauf und die schläuche die klatschen nur so hin du bist richtig gut und schlauchreserve die hast du erfunden glaube ich weil die passt immer und da sind wir noch zwei meter über und das ist geil das ist richtig geil von dir du bist ein wirklich guter und ich möchte das genauso weitermachst du bist mein schlauch trupp und und auch